Willkommen zu dieser neuen Serie mit FileMaker-Videos. Mein Name ist Carsten Risseu und das Thema der aktuellen Serie ist Import und Export. Import und Export von Daten, zum Beispiel Dateien aus Excel, wie kann man die importieren, wie kann man die exportieren, aber auch andere Formaten, was man dabei beachten sollte und welche Varianten es gibt. Also los geht's! Zuerst schauen wir uns das Importieren von Daten an und dazu bin ich auf die Website fakenamegenerator.com. Da kann man nämlich irgendwelche generische Daten erzeugen lassen, die man dann als Testmaterial nutzen kann. Also man kann hier zum Beispiel unter Order in Bulk, kann man dann auch bis zu 100.000 Datensätze bestellen. Man muss hier ein paar Häkchen setzen. Man kann sagen, wie man ein bestimmtes Datenformat haben will. Ich würde für CSV gehen, das ist am einfachsten. Und man kann, das ist ganz einfach, hier auch ganz sinnvoll, man kann hier zum Beispiel sagen, ich will deutschsprachige Daten haben und ich kann das zum Beispiel für die Schweiz anfordern. Das habe ich jetzt schon mal gemacht und ich habe jetzt einfach bereits eine Datei so heruntergeladen. Das ist jetzt einfach eine CSV-Datei, da sind 100.000 Datensätze drin und die werde ich jetzt einfach mal in FileMaker importieren. Ich habe jetzt eine CSV-Datei, es funktioniert genau gleich auch mit Excel-Dateien. Wichtig ist einfach, dass das Excel-Format von FileMaker auch verstanden werden kann. Es gibt verschiedene Excel-Varianten. Das muss man einfach schauen. Ich habe jetzt hier für diesen Download eine CSV-Datei wählen müssen. Das, was man machen muss, ist ganz simpel. Man muss einfach diese Datei nehmen und dann auf FileMaker Pro Advanced einfach draufziehen. Dann startet FileMaker, fragt dann, ist die erste Reihe mit Daten, sind das Feldnamen oder sind das Daten, das sind Feldnamen. Ich bestätige das. Und er fragt dann auch, wo soll er das genau speichern. Das habe ich jetzt dann auch hier definiert. Die Datei wird im Hintergrund angelegt. Hier sieht man bereits die Datei. Und dann werden jetzt diese Dateien oder diese Datensätze importiert. Das ist einfach Drag & Drop. Das ist schon alles. Und wenn das dann fertig ist, dann erscheint das hier sehr ähnlich wie in Excel. Das sind einfach Spalten. Ich habe aber zwei Layouts. Das heißt, ich kann die gleichen Daten immer auf mehrere Arten anzeigen. Das hier zum Beispiel ist das Layout 1. Dort habe ich dann die Daten in einer normalen Maske. Ein Datensatz wird hier vollständig abgebildet und ich kann dann hier einfach durch die Datensätze klicken. Das ist der einfachste Ansatz, jetzt Daten zu importieren. Wenn ich jetzt hier in dieser neuen Datei das erste Mal suche, sagen wir mal, wir suchen nach Luft. Das wird dann etwas Zeit brauchen, weil jetzt beim ersten Suchen werden die Indite gemacht. Das heißt, für jedes Feld wird ein Index erstellt. Nachher, sobald das dann läuft, man sieht hier, dass das passiert, sobald das dann läuft, dann ist die Suche ausserordentlich schnell. Das ist nur einmalig und weil das doch 100.000 Datensätze sind mit jenen Feldern, braucht es einen kleinen Moment. Nachdem der Index für jedes Feld generiert wurde, ist die Suche sehr schnell. Also suche ich Beispiel nach Dieter. Dann habe ich hier jetzt 755 aus 100.000 selektiert. Suche ich nach Beispielsweise Muster. Dann habe ich hier verschiedene Muster gefunden. Das wird dann irgendwo in diesen Datensätzen gibt dann das Wort. Die Suche bezieht sich auf alle Felder. Ich kann das auch eingrenzen. Hier habe ich also eine ganz schnelle Methode, einfach Datensätze in einer ordentlichen Datenbank zu importieren. Einfach per Drag & Drop. So einfach geht das mit FileMaker. Und jetzt kann ich loslegen. Ich kann jetzt einfach hier Scripts draufsetzen. Ich kann auch verschiedene andere Sachen damit tun. Ich kann da nicht nur die Suche automatisieren. Ich kann auch Ausgabelisten generieren. Ich kann auf viele Arten die Darstellung manipulieren und neue Felder generieren. Das ist so mal ein ganz einfacher Anfang für ein neues Programm. Im nächsten Video schauen wir uns jetzt an, wie wir dieser sehr sehr einfache Import noch weiter optimieren können. Dafür gibt es nämlich ganz viele Funktionen und Scriptschritte, die wir gezielt einsetzen können. diezate. Untertitelung des ZDF, 2020